Ja, das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ich denke mal, jeder in der Fortnite-Spiel ist schon mal ausgerastet. Ich raste halt auch relativ oft aus. Und damit, yo Leute, was geht ab? Über am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, wir gucken uns heute mal die wohl heftigsten Fortnite-Ausraster überhaupt an. Oh, du mal Pietsch, was geht ab? Hallo. Hm? Kannst du alles sagen, oder? Hab ich doch, hallo. Was machst du schon wieder? Wer weiß? Ja, ich will es nicht wissen, Digga. Ich habe einen Stift in meine Nase gesteckt und habe gedacht, ich weiß nicht. Das sind Informationen. Das war los, nicht! Ja. Das war ein Rage. Ich, ja. Ich wollte uns mal zeigen, auf was wir reagieren heute. Ja, mega gemacht, Digga. Das Ding ist, das originale Video ist auch wieder verlinkt in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze ab, Leute. Ich würde sagen, wir laden aber nicht lang, tun wir rum. Ich bin mal gespannt, ob heute mal Deathrond-Sticker. Wir haben das bis jetzt jedes Mal geguckt. Ich glaube, wir haben zweimal drauf reagiert mit Revi. Und bei keinem Mal war Deathrond dabei. Jetzt müssen, heute müssen mal Deathrond kommen, sonst rast ich komplett aus. Ganz kurz an Revi. Revi, du wurdest eingetauscht mit einem lustigeren YouTuber als du. Wer denn, Digga? Ich sehe keinen. Wir fangen an, let's go. Let's go, oder? Arm Ninja. Natürlich, der editiert. Was macht der, Digga? Was macht der? Ist der behindert? Ganz kurze Frage. Hat er seine Maus gebissen? Warum beißt der in seine Maus? Das geht doch gar nicht. Schmettert ihr doch gegen die Wand oder so, Digga? Er beißt in die Maus. Das Video fängt schon wieder echt gut an, Digga. Ja, was ist denn da, Bruder? Okay, weiter geht's. Jetzt geht's los. Es genossen. Yo. Yo. Tschüss. Was, Digga, das weiß ich auch nicht. Digga. Okay. Ich meine, es gibt die Leute, die machen ihre Maus kaputt, ihre Tastatur. Der schlägt einfach alles kaputt. Ich schwöre. Digga, sogar Kamera. Ja, alles kaputt. Tschüss. Okay, weiter geht's. Hier, der edit am Start. Boah, Digga. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist gelassen. Yo. Yo. Er ist recht, wie der eingefolgert hat. Oh, 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 oh. Warte, was hast du gesagt? Was geht ab? Warum? Was geht ab? Oh. Was macht der Digga? Was ist der Hütchen geworden? Digga, was macht der? Digga, das ist mir verstört! Digga, what the? Oh, merkst du das Digga, die Wut kommt? Oh, oh! Weißt du was ich gelernt habe? Ja, Digga, ja, Digga! Was macht der, Digga? Was macht der, Digga? Krass! Äh, Caillou auf Wish bestellt? Digga, wie hielt er an! Tschüss! Digga, aggressiver Caillou auf Wish bestellt! Äh, und warum hat der da hinten so Gangstücke stehen, Digga? Digga, es sind Fragen, keine Ahnung, Digga. Wer ist das? Wie alt ist der, 10? Äh... Yo! Ey, Digga! Nach dem Streamen, Mama, krieg ich ne neue Tastatur bitte! Okay, weiter geht's, Leute! Okay, Digga! Oh, oh, oh! Digga, weißt du was er machen soll? Ja, besser ist es. Ey, das wär ich, Digga! Das wär ich! Das Ding ist... Ihr kennt's, Leute, wenn ich irgendwie ausraste bei Deathfronts oder so... Ich schlag nie gegen... Digga, ich schmeiß immer irgendwelche Sachen, die bei mir auf den Tisch rumliegen, Digga! Ich hau immer auf den Tisch, Digga! Immer! Ich hab irgendwann so Angst, dass der irgendwie einen Riss bekommt und ich hau einmal drauf, mein Tisch geht am Arsch! Ey, das ist das Ding, wenn ihr einen Ikea-Tisch zu Hause habt, gut gemeinter Rat von mir, schlag da nicht drauf, Digga! Ich hab früher so oft meinen Tisch gefreckt! Jetzt hab ich ne massive Holzplatte, Digga! So'n Ding ist das! Ähm... Oh, der Disrespect! Oh, der LKW! Und es brodelt wieder! Es brodelt, Bruder! Es brodelt! Guck mal, Digga! Oh, shit! Was kommt jetzt? Ähm... Ähm... Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Hahaha! Oh, geil! Der hat grad den, äh... Chinesisch-Kurs gemacht, der! Digga, warum hat einfach jemand geschlafen auf der Matratze mitten im Raum? Digga, man weiß es nicht, Lukas! Äh... Ja, wir haben's gesehen, Bruder! Okay! Oh, hey! Boah, Digga, das war schon gebaut! Hatten wir den nicht schonmal? Den hatten wir doch schonmal! Ich glaub, der war eben da, ne? Aber ja, auf korrekt, Digga! Das hatte ich schon so oft, ne? Man baut schon! Digga, da ist schon ne Wand! Du bist schon drüber! Ja, ja, Typ! Jo! Technik! Bro, das ist eine Mierda, Juego! Du bist eine Basura, du bist der peor Juego-Kassier! Hahaha! Ähm... Das ist einfach ohne, Mann! Ey, Mädchen! Oh Gott, ein Mädchen! Oh Gott, ein Mädchen! Oh! Das Kodeschreit ist lebens, Digga! Oh, sie haben spartiert every fucking round! Fuck! The fucking way! Ich hör ja wein gleich! Oh! 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 Entschuldigung! Nehm sein Vater oder so! Der Vater denkt sich grad! Warum erlaub ich meinem Sohn eigentlich das hier zu zocken, Digga? Kann man nicht tocken! Äh... Ey, das müsste man mal im Fernsehen machen! Fortnite, nein! Das ist nicht Gewalt! Das ist gar keine Gewalt, das ist einfach schön! Ist es nicht! Das ist wunderschön! Fortnite! Jetzt downloaden! Ah, geil! Oh! Oh, den hatten wir eben auch schon! Der wartet, der lädt sich wieder auf! Der lädt sich auf! Ja! Er denkt sich grad... Bruder, was war das? Es geht los! Es geht direkt los! Äh! Äh! Get it back! Get it back! Was? Ey, Odomann! Ja? Wer bin ich? Äh! 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 What the fuck? Okay, weiter! Dude! My Shads aren't doing no damage! They aren't doing no damage! Ey, warte mal! Warte mal! Wir legen jetzt mal kurz die Stimme, die der grad gemacht hat, hinter nen Heavy-Metal-Beat, okay? Ich wette, das wär ein guter Song! Oh mein Gott! Das wär ein krasser Song, Digga! Let's go! Shads aren't, Shads aren't doing! My Shads aren't doing! So gut! What did he fucking hit? Tüsch! Äh! Is he not done? What is this? Digga, das würde übel passen, Alter! Jawohl! Äh, yo! Hm? Äh! Äh! Was macht der? Shit, I just broke my monitor! Hahaha! Riff! Er frägt sein Monitor! Ja! Der Nachbestimmung, Jake! Was ist schon wieder los? Ist so einfach! Nix Mama! Oh shit! 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 Fuck! So will ich auch, was du? Das Auto-Man, wenn er beim Deathrun stirbt, Digga. Ich schwöre. Oh, shit. Richtig gut. Hier, der isst sein Mikrofon. Oh. Ähm. Ähm, Digga. Oh, shit. Okay, Tag am Start. Oh, shit. Er ist tot, Digga. Aber aufgereikt. Ich fühle jeden davon, Digga. Ich fühle jeden davon. Ich auch. Safe. Wie viele Tastaturen ich in meinem Leben schon gefreckt habe. Nicht die Scheibe, bitte. Warum den Rollladen? Man check's nicht, Digga. Ich check's nicht. Ähm. Ey, mich wird mal wissen, wie viele Leute schon ihren Tisch auf der Welt kaputtgeschlagen haben wegen dem Spiel. Ist so. Digga, das ist Lachkick. Oh, shit. Jetzt geht's los. Ey, da warte. Pennt die wieder? Nee, die pennt nicht. Diesmal pennt sie nicht da. Die sind daneben. Lol, da war gerade der Arm, Digga. Man hat's gesehen. Okay. Wo rennt der hin, Digga? Wohin ist der gegangen, Digga? Was macht der? Und was macht der? Nimm mal, er macht ein botnes Lava-Tallenge, Digga. Er springt oben drauf. Hä? Was macht der? Jogi, was machst du da? Ja, botnes Lava, Digga. Ich schwöre. Oh, shit. Hat er sich einen Umhang geholt? Ich weiß nicht, Digga. Digga. Digga, weiter geht's. Oh. 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 Bitte schlack den anderen. Wahrscheinlich geht der Zeit zum anderen, du klatschst den. Warum nicht? Ich würde es machen, wenn wir zusammen spielen würden. Er gibt direkt in die Kamera. Yo. Er gibt direkt in die Kamera. Why do you do that? What's wrong with you? Do you want to see my fucking butthole hair? Butthole hair, Digga. Ey, wir müssen das zensieren. Ne, macht den nicht. You fucking, you're a dumbass. You're a fucking dumbass. Ich wette, der wurde gestreamt oder so, Digga. Ja. Oh, Eno einfach. Ähm, ähm. Reset! Reset! Why doesn't he reset? No, 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 no. Doch. No, my money, yo, bro. Ich geh... Jo. Jo. Ähm. Oder was... Warum? Junge. Pfff. Lukas mit 10. Junge, halt deine Schnauze, Alter. Halt deine Schnauze, Junge. Da auch. Das bin ich in drei Jahren, wenn ich Russisch gelernt habe. Ich geh nach unten. Ich geh nach unten. Äh. 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 Bisschen tanzen, Digga. Bruder, was macht? Warum hat der seinen... Ähm. Hahaha. Er denkt, tag mal ein Nottraining. Ich schwöre. Ähm. Äh. Oh shit. Oder? Pff. Da ist er wieder. Äh? Und jetzt haben wir von meinen Schnauze weg. Ja, Digga. Warum haben wir von meinen Schnauze weg? Einmal einen Schrank und ein Bett. Was soll ich dir sagen? Bruder, Streaming lief gut und ähm. Naja. YouTube-Einnahmen. Erste Mal kratzt auf Boden, Digga. Und auf einmal haben die Schnauze weg. Digga, started from the bottom. Now we're here. Digga, so'n Ding. Was macht der? Yo! Im Hintergrund ganz ein Rosesbild. Ehre. Ich habe versucht, diesen Mechanismus aufzunehmen, seit das Spiel begonnen hat. Äh. Ja. Ähm. PUNATA! Hahaha. Okay. Zigianic. Ist das seine Unterhose? Oder? Ich weiß nicht, was das gerade war. Aber er hat ein cooles Headset. Das Ding ist, die Clips sind relativ aktuell, Leute. Das Video ist, glaube ich, erst eine Woche her oder so. Da ist er wieder. Oh, der Boss. Hahaha. WACKEN! Ähm. Ich liebe den. Oh, shit. Das Ding ist shut. Das Ding ist shut. Boah. Was waren das wieder für Clips, Leute? Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Odoman vorbei, Leute. Link in der Beschreibung. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Video aufgenommen, deswegen checkt das Ganze ab. Und ja, man, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich weiß nicht. Burkenbrot. Ja. Ciao.